Seitdem ich hier bin, habe ich keine Angst mehr vor dem Zahnarzt. Ich bin ein Angstpatient gewesen, das ist mir hier genommen worden. Ich kann DENTA Prime eigentlich Bulgarien nur weiterempfehlen. Termine wurden eingehalten, das Vorgespräch, das war easy. Die Erstuntersuchung, das 3D-Bild, das ist der Hammer. Man konnte alles selber anschauen, man konnte Fragen stellen, auf jede Frage ist geantwortet worden. Selbst in den Behandlungen, es wurde alles erklärt, was gemacht wird und ich bin ganz zufrieden.